Heyo Leute, herzlich willkommen zu Fall Guys! Ja, warum nimmst du die Einladung denn an? Hä? Hä? Ich hab keine Einladung bekommen. Ich lade dich die ganze Zeit ein! Ich sehe keine Einladung. 3, 2, 1 und wir legen los. Let's go. Hä? Wer hat mich denn... Irgendwas hat mich umgeboxt. Was? Oh, nein! Oh, ich hab's geschafft. Alter, wie mich immer die Leute, die da rumfallen, rumboxen. Oh nein, Mann! Das war so dumm! Das war so dumm! Wow, ich schaff's wahrscheinlich nicht. 4 Plätze und ich schaff's noch! Bam! Oh, Alter, war das knapp. Nein, 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 nein. Ja, genau. Wie dumm ist das denn? Ich bin auch ausgeschieden. Wow, geile erste Runde, Alter. Direkt so eine Kacke, Mann. Leck mich doch am Sack, Alter! Oh, ich schaff's nicht. Was? Die boxen mich die ganze Zeit weg! Also nicht die Hammer, sondern ich schaff's, ich schaff's. Oh Gott, Alter! Ey, ey, ich krieg jetzt schon wieder Platz, sagens, Alter. Das ist so zum Kotzen. Alter, 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 Alter. Ja, genau. Ich schaff's wieder. Nein, nein, nein! Mann! Ich schaff's nie! Das ist so zum Kotzen. Du kannst nicht vorbei. Du kannst aber auch nicht stehen bleiben, weil die nicht weiterschieben. So, wir legen los. Wir legen los. Achtung, jetzt. Jetzt, das ist die dritte Runde. Und das, also... Das dritte Mal. Ja, ich sollte es schaffen. Ich sollte es... Was ist denn das, Alter? Ey, das ist echt übel. Alter, manche Leute, gell? Das ist wie in der Stadt. Da kommen dir Leute entgegen, die rennen dich einfach um. Alter, was sind das für Menschen? Ey, er hält mich fest! Du fetter Vogel, Alter! Alter, was ist denn das, Mann? Alter, wie sie einen festheben! Da guckst du, sie heben einen fest, obwohl man noch gar nichts gemacht hat. Ja, oh, Alter, das war übel gut. Ja, genau! Ja, ich... Weißt du, ich lauf außen. Mich erwischt alles. Alles bängt mich um. Die Banane hat mich erwischt! Ich fass es nicht! Wie dumm war denn das? Ja, genau! Es fällt dann... Boah, jetzt aber. Großrassig. Alter, 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 Alter! Boah, was war denn das? Ey! Oh, nein! Ich wette mit dir, ich verkack... Ich hab so keinen Bock auf mein Team jetzt schon. Och, Mann! Alter, Leute! Guckt mal da! Boxt doch den Ball weg! Wie viel Pech kann man haben, dass da so eine Riesenlücke war? Nein! Nein, nein, nein! Mates, Achtung! Achtung! Was ist denn das für ein Match, Alter? Ich kann's nicht klären! Ich kann's nicht klären, ich kann's... Nein, 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 nein! Oh Gott! Weg, Bits! Mach's doch weg! Ja! Oh mein Gott, ey! Was passiert hier? Was ist das für ein Fußball-Match, ey? Nein! Was war das für ein Ballon? Alle weg! Alle darüber! Mein Team kann das Spiel überhaupt nicht, Alter! Wer rennt mich denn an? Ja! Boah! Mach doch den Ball weg! Mann, was seid ihr denn für Ballons? Was macht ihr denn? Was? Das war unser eigenes Team! Was war denn das? Ey! Ich fass es nicht! Habt ihr das gesehen? Alter! Anzeige ist raus, auf jeden Fall! Das war... Da konnte ich nix dafür! Und die rennen den Ball ins eigene Tor! Ich krieg die Krise heilige Scheiße, Alter! Ich brauch irgendwas zum Kaputtmachen! Steffi? Nein! Ich brauch was zum Kaputtmachen! Ist das Torhunger, Steffi? Ja! Ey, als ob! Was sind denn das für... Der Gelbe ist so ein richtiger Depp, Alter! Er schießt ihn und kommt halt von der Seite von uns und schießt ihn nicht... Wir haben null Bälle! Was ist denn das? Wieder so ein Drecks-Teamspiel! Ich sag's nochmal! Diese Drecks-Teamspiele, die sollten die niemals mit in dieses Ding nehmen! Das ist so dämlich! Weil wenn du Solo spielst, was kann denn da... Äh, Teamspiele sind das Größte... Der Größte Depp überhaupt! Ich finde, das sollte gesondert sein! Man sollte sich als Squad anmelden und da kannst du diese Teamspiele machen! Aber doch nicht... Ah! Dann stellen sich ein paar Leute hin und machen gar nix! Und dann hast du verkackt, obwohl du... Voll die Mühe dir gibst! Flo oder Mangos? Oh! Mangos! Hatte ich Glück, Alter! Wieder! Ich schaff's nicht! Ich schaff's einfach nicht! Weil... Oh, das ist so unfair, gell? Es ist so verdammt unfair wieder! Oh, genau! Boah! Ja! Hast du das gesehen? Oh, Mann! Guck mal, was da wieder für Action abgeht! Wie sie sich da durchboosten! Guck mal! Ich kann nicht mal laufen! Es ist so sad einfach! Brrr! Das ist nervig! Lauf doch! Nein! Oh! Oh, es war so klar, oder? Ey, Mann! Mach's doch einfach schneller! Oh, Mann! Ey, ich hab's doch grad geschafft! Das ist so schlimm! Uh, ich steh vorne! Ich find ihn ein bisschen komisch! Nein! Ich wurde zurückgeworfen! Und noch mehr! Ey! Wenn vor dir einer liegt und du nicht hüpfen kannst! Schlimmstes überhaupt! So, Achtung! Nein! Jetzt wollte ich wieder nach vorne! Nein! Hab's nicht geschafft! Weil die Leute mir im Weg rumstehen! Oh! Oh, ja, genau! Nein! Ach, Mann! Wow! Ich hab wenigstens ein Checkpoint, oh Mann! Ey! Jetzt kommt wieder... Die anderen... Die anderen Drecksäcke, Mann! Oh, Gott! Der hat mich grad fast an dir festgehalten! Ja! Ey, das gibt's nicht! Oh, fuck! Nein! Und das sah so aus, als ob der einen hatte! Nein, nein, nein! Nicht mehr Clown! Nein! Oh, als ob! Ich hab's nicht geschafft! Sechs, fünf, fünf... Doch! Nein! Zwei... Wow! Wie dumm war das! In der Weile war das immer gleich als erstes! Ja! Oh, Steffi, nehm mir! Das war jetzt auch... Alter! Oh, komm! Das ist so lächerlich! Ich bin letztendlich... Ey, wie kann denn das sein, Mann? Ey, jetzt heb... Steffi, warum hebst du mich fest? Ich bin ausgeschieden! Sebastian! Hä? Ich hab's nicht festgehalten! Sehr wohl, hast du mich gerade festgehoben! Lauf doch! Och, Mann! Es ist so lächerlich! Ja, aber die ist nur so schlimm, wenn du andere Leute hast! Du bist beim... Guck dir das mal an! Warum muss ich irgendwas kaputt machen? Irgendwas? Ey, das kann nicht wahr sein! Jedes Mal immer an den anderen scheitert's! Oh, lol! Was? Dein Ernst? Ah ja, oh nein! Und was wecken wir? Es scheitert wieder an meinen Teammates! Sind gerade einfach wieder alle bei Geld! Warum? Hey, mein... Die... Die... Okay... 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 Es ist einfach... Die Leute sind einfach dumm! Was machen die denn? Die lassen das auch noch zu? Ich hab... Ey, es ist so lächerlich! Es ist einfach nur lächerlich! Ich hab keinen Bock mehr! Das ist einfach... Das sind einfach alles... Ohne Witz! Was willst du da machen? Die sind doch einfach nur besch... Scheuert! Guck, ich sag, es scheitert am Teamspiel! Wie kann man sowas als Entwickler zulassen? Das... Da! Wieso trennt man diese Drecks-Teamspiele nicht? Ich will ne Petition dafür! Teamspiel raus! Und als extra Modus... Brauch... Ich brauch Streicheleinheiten von dir! Hä, du willst Streicheleinheiten von Claudio? Ja... Ey... Oh, Mann... Ey... 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 Hä? Ich konnte grad nicht springen... Wow... Alter! Er hat mich runtergeschubst! Das ist doch dreckiger... Mann! Hör mal auf... Alter, das ist so lächerlich! Ach nee, was ist das denn? Ähm... Sebastian, wir machen's so... Wir rennen durch... Das hab ich mit dir nicht gemacht... Wir lassen dir das machen... Wir rennen durch und blockieren die anderen Bälle... Es ist wieder... So ein Drecks-Teamspiel! Es ist einfach zum Kotzen! Warum immer diese Teamspiele? Gibt's nicht mal ein verdammtes Ding ohne diese Teamspiele? Du kannst machen, was du willst! Du bist bei Teamspielen zu 90%! Raus! Ne, das stimmt nicht! Doch! Ich bin... Ja, doch! Wir können jetzt zählen... Wir machen jetzt ne Statistik... Du wirst sehen, du bist bei Teamspielen mehr raus als weiter! Hallo, Steffi! Hallo! Alter! Diese... Das sind solche... Manche Leute, ey... Das sind... Ich schaff's nicht... Ich komm nicht weiter! Ne! Alter! Das ist so lächerlich! Nur weil wieder einer's nicht hingekriegt hat, gegen so'n Ding gestoßen ist und dann vor mich und mich geblockt hat! Es ist so lächerlich! Auch dein Skill, das vorauszusehen! Ne, eben nicht! Doch! Das kannst du nicht voraussehen, wenn die von random von der Seite reingeschossen kommen! Das geht nicht! Claudio, hör auf damit! Das ist... Ich mute mich jetzt ins Spiel allein!